Schatzi? Ja? Du kaufst mir in letzter Zeit nichts. Wie kaufe ich dir nichts? Du hast mich total vergessen. Das stimmt gar nicht, Schatz. Ich habe dir alles gekauft. Ich habe dir ein neues Auto, ein neues Handy. Ich kaufe dir Blume jede Woche. Was willst du mehr? Ja, aber so ein Eigenheim, so ein eigenes Haus. Schatzi, bist du verrückt? Weißt du, was ein Haus kostet? So viel Geld habe ich nicht, Schatz. Ich bin kein Cheikh aus Emiraten. Ja, aber musst du ja nicht bar bezahlen. Ja, sondern? So was finanziert man. Uff, du machst mich kaputt, ohne Spaß. Und wo finden wir ihr Haus? Wo? Bei wem kaufen? Guck mal, wie die Preise hochgegangen sind. Ja, aber es gibt eine. Schwaben-Imo nennen die sich. Die haben ganz gute Preise. Ich habe schon geschaut. Ach komm, so ein Eigenheim. Für uns und für die Kinder. Okay, wir machen einen Deal. Wir kaufen ein Haus, aber nur wenn ich ein eigenes Zimmer bekomme. Wie Kinder, okay? Wieso ein eigenes Zimmer? Willst du nicht mit mir in einem Zimmer? Ich schlafe in einem eigenen Zimmer. Wenn du Lust hast, Sachen machen, komm bei mir. Wenn ich Lust habe, komm bei dir und fertig. Jeder sein Zimmer schlafen. Nur so kaufen, sonst nichts. Du musst dann auch eigene Bettwäsche wechseln. Okay, dann schlafen. Dann ein Zimmer reicht. Sehr gut. Abgemacht? Ja. Morgen gehst du zu Schwaben, Imo? Ja. Super. Perfekt. Danke dir. Bitte.